guten morgen ja ich kann ja noch mal auf dieses video hier oben verweisen mit steigendem bildungs niveau sind die angst vor corona das gab eine studie unter anderem von der online heraus aber nicht nur das mit diesem steigenden bildungs niveau kommt man auch besser mit dem thema co2 und co2 ausstoß klar jetzt geht es um physik ja was das mit diesem alten auto auf sich hat das sage ich dann noch ist ein schönes auto fährt 105 kmh ich hab's ausprobiert naja gut aber da komme ich dann drauf kommen wir mal auf dieses auf diesen co2 ausstoß und da habe ich mal bei wikipedia mir allerlei daten vom vw polo oder mercedes oder alles solchen autos herausgesucht schauen uns erst mal die leistung an es gibt verschiedene leistungsklassen 48 kilowatt 55 bis 110 kilowatt und so weiter also wir konzentrieren uns jetzt erst mal auf die linkere seite und da haben einen kraftstoff verbrauch so knapp unter fünf liter jetzt gucken wir uns mal den kraftstoff verbrauch bei den höher per essigen an der ist auch nicht größer warum wohl komme ich dann drauf und ja was ich in energie investiere das kommt letzten endes auch nur wieder heraus also chemische energie in form von kraftstoff investieren heißt es kommt dann mechanische energie sprich für den vortrieb wieder heraus wenn ich also bestimmte für bestimmte geschwindigkeiten und so wird ja dieser drittel mix kraftstoff verbrauch kombiniert errechnet der wird ja für alle autos gleich errechnet dann kann ich sagen naja gut dann ist die co2 emission nämlich das was dann als abfallprodukt aus dem kraftstoff herauskommt komischerweise auch gleich egal wie viel ps also fast gleich hier ein bisschen mehr gut gucken wir uns das nächste auto an das ist ein w212 mercedes 115 kilowatt der geht glaube ich noch viel höher bis 155 kilowatt diese zeile habe ich mal ausgesucht gucken uns also dazu zu diesen auch wieder 115 und hier 155 gucken wir uns mal den kraftstoffverbrauch an nah und siehe da 6,1 bis 6,6 liter je nach getriebeart dann ein bisschen mehr dann wieder und ja selbst der höchste der schnellste hat auch nur um die 6,3 liter sogar noch weniger gut gucken wir uns mal die co2 emission dementsprechend an 143 gramm pro kilometer und hier sogar ein bisschen weniger aber ähnlich also auf jeden fall weniger ist ja eigentlich aber logisch energiehaltung bleibt nun mal die gleiche also wenn ich ja wenn ich nicht mehr investiere kriege ich auch nicht mehr raus und als abfallprodukt auch kein co2 mehr raus gucken wir uns mal den bösen diesel motor an 100 kilowatt bis 150 kilowatt kraftstoff verbräuche 5,1 liter bis 5,0 liter also ähnliche kraftstoff verbräuche klar die werden ja bei entsprechenden geschwindigkeiten ermittelt moment mal der diesel motor der hat weniger das wissen wir alle aus der erfahrung heraus aber warum wohl naja weil in diesel mehr energie drin steckt jetzt gucken wir mal an was an co2 emissionen rauskommt na und siehe da nehmen wir mal immer die limousine 130 bis 140 und hier bei den höher psigen 130 bis 139 gramm pro kilometer obwohl mehr energie drin steckt naja es ist mehr energie im liter im volumen drin ja das heißt aber auch letzten endes es kann auch nicht mehr hier gucken wir uns noch mal 143 bis 142 es kann auch nicht mehr letzten endes an co2 heraus kommen 134 bis 130 also ist der böse diesel motor auch nicht so böse ja was hat es jetzt mit diesen verschiedenen dingen zu tun zum schluss stelle ich euch mal den rechner online vor da kann man eine ganz interessante rechnung anstellen und jetzt zwei alte autos und zwar den trabant 601 aus der ddr und den renault mona karte der trabant 601 hatte 100 17 bis 19 kilowatt leistung und ich weiß es ich hatte auch mal so ein ding der vor 105 konzerte machen was du wolltest manche fuhren ein bisschen schneller aber im allgemeinen sagen rund 100 kilometer pro stunde naja der verbrauch wurde um die 8,2 liter angegeben und dann hat noch jemand einen verbrauch von 7 bis 9 litern angegeben bei entsprechender fahrweise habe ich 5,5 liter hingekriegt jetzt gucken wir uns mal diesen renault an der hatte von 18 bis 25 kilowatt der hatte hier ja 19 kilo 17 bis 19 der hat also ein bisschen mehr aber jetzt gucken wir uns mal noch mal den trabi an erstens ist er sehr klein niedrig und der reno ist ziemlich hoch also wenn ich daneben stehe gucke ich aufs dach aber das ist es dann schon hier das ist er so und der mit seinen vielen ps hatte es nur auf ja auch ähnliche geschwindigkeiten nämlich 100 105 kilometer pro stunde gebracht jetzt habe ich keine co2 ausstoß wert aber wir können uns ja ungefähr vorstellen was das bedeutet gucken wir uns mal kurz die formeln und die berechnungsgrundlagen der ganzen sache an das wichtigste an einem auto ist tatsächlich ja der luftwiderstand und die kraft die die luft ausübt auf das auto die gegenkraft sozusagen ist ein bestimmter widerstandsbeiwert der ist sehr abhängig von der form hier ist es eine flunder bei diesem porsche und wenn ich mir den nochmal angucke das ist eine schrankwand eine alte schrankwand naja längs gestellt sagen wir mal aber furchtbar eckig und da macht auch nichts dass der kühlergrill ein kleines bisschen aerodynamischer aussieht das ist vollkommen egal ja luftwiderstand ist also setzt sich aus dem sogenannten cw wert zusammen das ist eine dimensionslose größe dann die angriffsfläche die die luft hat die dichte der luft und jetzt kommt das schlimme ja die relativ geschwindigkeit des gerätes was sich in der luft bewegt aber zum quadrat ok durch zwei macht den kohl nicht fett rollwiderstand natürlich auch wieder von reifenbreiten und ähnlichen sachen abhängig steigungswiderstand können wir aber vernachlässigen weil wenn es um höchstgeschwindigkeiten geht genauso wie bei beschleunigungswiderstand geht es ja darum dass wir den in der ebene ermitteln so dass sich also die der fahrwiderstand insgesamt aus dem luftwiderstand rollwiderstand steigwiderstand und dem beschleunigungswiderstand zusammensetzt jetzt können wir tatsächlich aber sagen beschleunigung steigung lassen wir weg auf der ebene klar und der rollwiderstand ja der ist relativ gering ich habe mal die formeln hier mal vergrößert dargestellt also kommen wir erst zur pinken formel hier sieht man möchte ich jetzt nicht alles herleiten psf mal v und daher v quadrat schon in dieser luftwiderstand formel mit drin steht wird v quadrat mal v v hoch 3 und das ist das schlimmste und wenn ich mir diesen ganzen anderen kram hier raus nehme und mal umstelle also diesen kram mit rollwiderstand und so weiter und so fort das mal raus nehme dann kann ich sagen ist die antriebsleistung ja hieran kann ich nichts ändern bei gegen dem fahrzeug hu abhängig vom kubik also v mal v mal v der geschwindigkeit interessanterweise für einen pkw gilt diese faust formel daher diese kubische gleichung wurde ganz arg vereinfacht man sagt einfach 47 km pro stunde wird dann v max ergeben mal der dritten wurzel aus der antriebsleistung geteilt durch kilowatt also in kilowatt angegeben ich habe mal nachgerechnet es kommt ganz gut hin ein bisschen faul bin ich auch und für euch aber auch damit man es nicht alles mit der hand ausrechnen muss die seite verlinke ich euch auch ich setze also alle links wieder in die video beschreibung ist ein schönes beispiel da muss man drei größen eingeben ich habe mal 25 kilowatt von dem reno eingegeben und habe gesagt 100 km pro stunde fährt er rund ich habe es schön rund gemacht damit es schön auffällt und dann habe ich eingegeben ich möchte mit dem ding 200 fahren wie viel leistung brauche ich 200 kilowatt es ist also mit dem ding so nicht möglich es sei denn man tun ein bisschen drum rum das ist eine einfache verhältnisgleichung also die eine darauf basiert das ding hier das ist auch relativ ungenau aber ausreichend die eine leistung geteilt durch die zugehörige schwindigkeit aber zum kubik ergibt sich dann also die andere leistung zu der zugehörigen geschwindigkeit ich werde euch das verlinken aber unterm strich leute wenn ich mir jetzt das hier noch mal angucke wo liegt denn der haken der energie erhaltungssatz bleibt und wo liegt der haken dass wir unbedingt co2 einsparen müssen bei den autos und dass die co2 abhängig ausstoß mäßig versteuert werden ja gut wenn ich wirklich nach dem co2 ausstoß gehe kann ich getrost sondern können auch ein größeres auto kaufen und sogar mit viel ps denn der verbrauch ist relativ gleich gegenüber dem mit weniger ps das gilt für diesel das gilt für benzin das gilt für jeden typ also auf den typ bezogen dann auf den luftwiderstand kommt es an ja jetzt könnte man sagen na gut dann kaufe ich mir ein porsche am besten so eine richtige flache flunde ob der dann so alltagstauglich und günstig auch ist in der unterhaltung das sei dahingestellt ich weiß es es kann richtig teuer werden wenn man bei so einem porsche mal eine reparatur haben sollte so unterm strich denke ich mal kann uns das beruhigen man kann sich also auch ruhig ein größeres auto leisten mit größerem motor denn alle diese daten und das könnt ihr mit jedem pkw machen das könnte immer vergleichen deuten darauf hin dass es letzten endes von der gefahrenen geschwindigkeit abhängt wie viel co2 ausgestoßen wird denn je höher die geschwindigkeit umso viel höher die leistung die nötig ist um diese geschwindigkeit zu erreichen ich hoffe es gibt mal wieder einen denkanstoß hier diese seite wie gesagt verlinke ich euch wir können ja noch mal einen kleinen kleinen versuch machen ich lösche mal die leistung raus also man muss immer drei größen angeben und dann auf ausrechnen rechnen und ich nehme mal ein auto mit 150 kilowatt an und das fährt 100 km h und ich möchte dann doppelt so schnell fahren auf dieses auto bezogen das wären 1200 kilowatt wenn ich 200 fahren will also hier ein bisschen rumspielen das funktioniert nicht so einfach man muss dann immer wieder zahlen rauslöschen also noch mal ich möchte jetzt 200 fahren mit einem auto was das schafft probieren wir es noch mal aus nee das ding verrechnet sich also so oder so ich glaube die grunderkenntnis müsste klar sein wer hier ein bisschen drum herum spielen will ich verlinke euch das hier kommt jetzt wie komme ich mit dem handy in die video beschreibung damit ich auch diese seite mal ausprobieren kann und hier der link zum kommentieren ich wünsche einen schönen tag und denkt drüber nach macht's gut tschüss